Aufpassen. Aber das ist doch ganz schick jetzt. Zack, 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 Holzfußboden. Perfekt. Tja, jetzt haben wir aber noch keine Krankenschwestern. Tausend kostet hier am Tag. Nehmen wir mal den nächsten Auftrag, wa? Zellenblock A. Wir müssen 15. Müssen wir die Kapazität auf 15 bringen. Aber ich brauche noch einen Doktor. Habe ich denn gemacht? Nein. Habe ich nicht. Jetzt können die nämlich alle hier versorgt werden. Ähm... Würde ich sagen, bauen wir doch hier einfach mal noch... Wie weit ist das? 13. Das heißt, 12 in die Richtung. 13 in die Richtung. So. So. Das wird dann ein ziemlich großer Zellenblock hier. Und dann kann ich die ganzen Idioten da mal unterbringen. Dann kann ich die ganzen Idioten da mal unterbringen. Das ist alles doof gerade. Das ist alles doof gerade. So. So. Warten bis sie das fertig haben. Aber wir ziehen jetzt einfach so auf. Und die beiden Wände machen wir kaputt. Das geht schnell. Mit 20.000, damit kriegen wir so einen Zellenblock aufgebaut. Was ist denn hier? Wieso hatten das jetzt drei? Ähm. Werdet ihr total bescheuert? 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 Hm. Könnt ihr mir mal bitte jetzt hier die Mände abbauen? Außerdem brauchen wir den Baum da drin nicht. Was macht man denn mit dem Holz? Kann man das noch irgendwie verarbeiten? Oh, die sind so langsam gerade. Das ist echt nicht schön. Hm. Jetzt habt ihr das wieder offen gemacht. Und da läuft der erste Insass weg. Das macht ihr zu. Das machen wir weg. Das machen wir zu. Das machen wir zu. Ich schraub dir da immer noch. Okay. Wenn er meint. Aha. Jetzt wird das alles abtransportiert. Ähm. Achso. Ja gut. Dann kann ich ja hier oben die. Wahrheiten rausnehmen. Dann können nämlich meine Bauarbeiter auch hier wieder rein. Da draußen bulldozt ihr bitte einmal. Da draußen bulldozt ihr bitte einmal. Ja. Dann mach doch die Tür hier auf. Komm. Einmal auf. Open stellen. Bis die hier soweit sind. Jetzt brauchen wir hier noch. Was für ein Quatsch das hier gerade war alles. Strom. Wasser. Eps. Nicht dass unsere Bauarbeitern hier noch irgendwie langweilig wird. Das machen wir natürlich nicht. Aber wir bräuchten vielleicht mal jemanden, der sich hier um die Saubergeld kümmert. Das wird noch gebaut. Okay. Für 11.000 können wir das auch komplett machen hier. Es sind nur noch 56 Leute. Hey. Sie wurden zwei entlassen. Oder sie sind gestorben. Ist doch relativ egal. Hauptsache sie sind weg. Toiletten für die ganze Bande. Und. Ja. Also ich bin. Als kleines Fazit vielleicht mal zwischendurch. Gerade echt wieder. Angefixt etwas von diesem Spielen. Vor allem weil das jetzt auch relativ problemlos läuft mittlerweile. Und. Ja. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Was macht der denn da? Zack. Habe ich den jetzt gerade rausgekickt? Rooms. Cell. Ach. Die haben da immer noch nicht diese Mauer hingestellt. Wie schwer kann es denn sein hier so zwei Mäuerchen hinzusetzen? Na bitte. Vielleicht brauchen wir auch noch ein paar mehr Bauarbeiter einfach. Zack. So. Jetzt aber. Cell. Checkt's. Wo sind die Türen? Da. Jail Door. Einmal drehen. Und dann. Ups. Machen wir die dicht. 5000 haben wir noch. Das reicht. Und eine Large Jail Door. Hier mach ich noch so einen kleinen. Solitary hin. Falls mal einer. Etwas. Böse war. Kann der da eingesperrt werden. Da kommt auch so eine dicke Tür hin. So. Und ein Bett. Toilette. Hat die Toilette Wasser da oben? Nein. Ja. Eigentlich ist der freigelassen. Wie können die denn jetzt mal. Okay. Ich hab alles geschlossen hier. Und jetzt können wir es wieder auf den normalen Modus stellen. Ja. Ich brauch noch so ein paar Dinge. Dafür hab ich aber jetzt. Oh doch. Wir haben ja 18.000. Wir haben das ja erfüllt hier. Mh. Dann. Könnte man ja mal. I can hide our medicine need. Land Expansion brauchen wir nicht. Education brauchen wir auch noch nicht. Das hier müssen wir machen. Und das hier müssen wir machen. Damit wir weiterkommen. Ne? Alles klar, dann brauchen wir vielleicht nochmal drei Workman. Obwohl, brauchen wir jetzt so viele. Ah, doch. Und ein paar Guards. Dann funktioniert das alles vielleicht schon mal besser. Wir haben ja jetzt noch einen komplett neuen Zellenblock. Dann ist es blöd, wenn wir dann zu wenige Werte haben. Ja, und hier machen wir einmal einen kurzen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht es hier weiter.